Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meinen Homeworkout für Brust, Schulter und Trizeps. Jetzt wo die Stühle leider alle geschlossen haben, muss man ja versuchen zu Hause irgendwie zu improvisieren. Jetzt habe ich erstmal mein Equipment für die nächste Zeit. Und zwar einmal zwei Kurzhanteln, die man von 2 bis 20 Kilo stecken kann. Einmal Griffe für Liegestütze in verschiedenen Variationen. Kam gestern an, habe ich mir extra bestellt. Gummibänder in verschiedener Stufe. Und meine Resistence-Bänder habe ich auch extra bestellt. Da habe ich mega drauf gespannt. Auch in verschiedenen Stufen. Da habe ich mega gespannt drauf. Jetzt habe ich erstmal mein Training. Versuche ein paar coole Schnitte zusammenzukriegen und Musik. Mal gucken, was möglich ist zu Hause. Und danach melde ich mich nochmal und gebe Feedback zum Training zu Hause für die Brust, wie es so war. Erstmal viel Spaß. ZDF-Bänder. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Macht's gut.